sportliche höchstleistung hier zum zum abend schon ein bisschen aufregend können wir hinten mal in die hallen gehen ach so interessant wir haben jetzt zwei randoms dabei das stimmt das okay dann wird das jetzt auch mal witzig ja dann wir können danach du du umstellen aber ja warum nicht oder wir werden es ja sehen krass der golle mit seinem 15 fach richtig was willst du denn mit dem 15 fach aber ja vor allem je dichter die dran sind desto größer sind die natürlich auch die bewegen sich ein kleines bisschen du siehst nicht mehr wo sie sind also bist ja sofort sofort aus dem bild raus die folgen alle mir hatte eben auf der brücke das problem mit dem mit dem zero mit dem nullpunkt finden wo die kugel einschlägt deswegen habe ich zwei dreimal auf die brücke so geschossen ach so ja dass das geht mir regelmäßig vergesse immer dass ich dass ich hinterher gucken muss um zu sehen wie viel ich vorhalten also wie viel ich drüber halten muss eigentlich nur also bei der k ist es nicht ganz so extrem aber bei der sks auf die distanz die hat schon krassen bullet drop gucken ob noch welche mitkommen ich sehe nix ganze city scheint leer ok gleich mal nach autos ausschalten da steht eins hier vorne also auto direkt hier mein gang das hilft schon so ungemein wenn man so ein bisschen loot hat der einem sowieso gefällt ohne mossel nice ich habe echt gefallen an an karabiner gefunden ich weiß nicht wieso karabiner meintest du so eine winchester oder das ist für dich die moseln ja auch noch kein hut ich mag die auch die ziehen halt richtig durch das ist so die haben zwar nur ist dann trist du halt ich habe zwar ein ewig lang reload aber die die ballern die hatten links liegen gelassen sechs war eine ehre ich hole mir noch eine andere halle ja ein hut ist eine aug oh nice willst du hole ich mir gleich gerade hier oben noch in der halle gerade hier oben noch in der halle magazin brauchst du einen kompi ar würde ich nehmen ja kann ich einstecken oha sechsfach ok nice diesmal packe ich auch ein bisschen rauch ein das war ein bisschen blöd haben wir nicht gebraucht eben gerade aber hier ist nochmal eine moseln ne moseln mhm also für mich ist kar und moseln das gleiche also das ist ja spielt sich für mich nicht groß unterschiedlich könnt ihr jetzt den unterschied nicht nicht genau benennen um ehrlich zu sein die stets sind halt anders ist sind es ja ja ok die aug ist da wo blau markiert ist ähm ja naja da ist die moseln aber da ist auch die auger die auger ist ein bisschen weiter weiter links wenn du auf der minimap guckst ich bin soweit eigentlich schon zufrieden ich habe genug blaue muni brauchst du noch einen kleinen griff oder einen leichten griff äh ich bräuchte für die 416 vorne was und hinten was naja den kompressor bringe ich dir ja mit habe ich ja gesagt wir sind in der zone ist übrigens nice äh schweren griff habe ich auch ok warte mal du bist ja gerade hier nebenan ich laufe gerade hier in die halle ja wird man da ich hätte noch ein erweitertes dmr str ich habe mp und die mosen und eigentlich brauche ich nur einen roten punkt eine holo habe ich aber einen rotpunkt nicht wo lag jetzt die au lag dahinter einer treppe glaube ich hier ist auch noch ein auto nice ist immer gut wenn man ein paar optionen hat und nicht immer dann suchen muss der hat da hinten was gefunden ja ne dings bräuchte ich noch hab ich auch noch nicht noch ein kompi der will also weiter fahren okay will ich jetzt noch nicht ne ich auch nicht vierfach ich nehme beides immer gerne mit denn beta finde ich das sechsfach irgendwann zu groß dann wechsle ich gerne oder auch wenn ich auf einmal feststelle die leute sind dichter dran und dann hast du nur ein visier ist ja blöd deswegen packe ich immer gerne entweder sechsfach vierfach oder achtfach vierfach ich habe einen roten punkt für mich erstmal sobald ich noch einen finde sage ich bescheid jawohl das ist in der pack nehme ich hier sind noch sechs millimeter ich habe eins gefunden okay sehr gut hier wäre noch ein dreifach hier wäre noch ein paar wenn du möchtest ich habe alles alles ich bin zufrieden hast du genug getränke hast du da alles was du brauchst drei schmerzmittel einen red bull MP spielst du nicht ne nein ich habe die aug ich bin mit der aug echt zufrieden okay ich wechsle doch auf der car weil sie mir gerade vor die füße fliegt okay 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 Ja, ist die Frage. Was machen wir? Laufen. Geh mal hier aufs Dach. Keiner da. Wie viele Medi-Cuts hast du dann? Hier. Hab aber schon welche liegen lassen. Okay. Oh, Dreier-Reste. Lull. Hat sich gelohnt. Wow. Wir müssen. Ja. Steht da noch ein Auto bei dir irgendwo in der Nähe? Oh, oh. Paff, paff. Gar nicht drauf geachtet. Er hat markiert, er hat markiert. Er hat markiert. Oh, ich muss höher zielen. Verdammt, das ist weiter als ich dachte. Ich treffe dir nicht, es ist zum verrückt werden. Äh, zweiter Balken. Ja, wir brauchen ein Auto. Über den Punkt nach unten. Ja, ich krieg das manchmal mit der Distanz nicht richtig eingestellt. Warte mal, hier können wir gar nicht rüberfahren. Das ist keine Brücke. Hier liegt nur ein Rotpunkt. Füße auf mich. Ja, ich laufe. Er fährt einfach. Da oben. Ich treffe die regelmäßig. Ich schieße durch den Zaun. Durch die Lücke. Er kommt einfach mit der Karre weiter. Nice. Was soll er machen? Ist okay. 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 Oh, wenn jetzt hier Leute stehen. Oh, ja, ja, ja. Geil ist nicht, aber wo will man hin, ne? Ja. Warte, ein bisschen spät reagiert. Werde erst noch mit den Augen durchgehen. Das ist schon der Pfanne. Ich fand, ey, die Binnen sind ein bisschen geil, also. Bin ja den, lasst ihn lieber fahren. Ah ja, okay. Auto. Genau das. Sind die immer noch da oben? Ich sehe nichts. Ich frage mich, wo Gelbchen schießt. Das sehe ich auch nicht. Wir müssen aber nur ein Stück, ne? Ja. Ich werde tatsächlich laufen. Lol. Was so? Nein, kommst hier. Hier ist eine Farmers. Kommst hier um die Ecke und siehst den Drop. Keine Ahnung, ich auch nicht. Noch nie gesehen. Das ist noch ein Drop. Direkt vor uns. Da oben habe ich was gesehen. Ich merke hier auch, wie er die nachlädt. Ist da eine Action auf der Seite? Irgendwas. Geld wurde markiert. Mhm. Hier oben auf dem Dach ist der Erdvorm. Ja, moin. Und alle drei wie so hüpfen, so hüpfen, 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 hüpfen. Und keiner kommt ran. Geh mal weiter. Ist natürlich voll scheiße hier, ne? Du kannst nichts sagen. Hier ist noch eine K und eine Sechsfach. Ich habe eine Sechsfach und eine Mose. Ja, aber trotzdem, ich meine. Ist da noch Muni dazu? Aber ich finde das echt cool, wenn du Randys dabei hast, ne? Die markieren, sie spielen. Ne, ist halt so das, was ich vorhin meinte mit der nonverbalen Kommunikation, ne? Das haut halt echt gut hin. Und da bin ich ehrlich gesagt überrascht. Ich meine, gut, man hört auch nicht so viel Fluche die ganze Zeit, ne? Weil ich die auch stumm habe. Aber es geht ja trotzdem. Und letztendlich ist es so auch eigentlich ganz angenehm. Dann bleibt dieser ganze Shit-Talk halt einfach weg. Ja, da oben steht ein Auto. Brennt. Ja, wir pushen. Wir machen das aber gut, ne? Also wir teilen uns auch gut auf. Wir müssen auch nicht fahren. Wir haben wirklich ein bisschen Zonenglück auch. Bei uns draußen wird gerade Glück passen. Also irgendwie live. Was? Ja. Was zur Hölle? Ja, die Hals Angels schlagen mal wieder zu. Sind die bei euch so doll aktiv? Aktuell ja. Okay. Ja, finde ich sehr befremdlich. Da sitzt einer. Oh. Okay. Bei grün. Okay. Es ist knocked. Ja. Nice, Strumi. Der andere war hier auch, aber keine Ahnung wo. Nimmst du noch raus, oder? Am Felsen. Wo? Grün. Und rot wurde auch markiert. Hatten Hit. Nice. Hat sich wohl erledigt. Tja, das ist, wenn man offen geht. Und ja. Einzelhelm trägt und dann nimmt Headshot. Das ist vielleicht ein Bot. Ah, weiß ich nicht. Ich bin beschossen. Ich bin beschossen. Oh. 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 Oh, hinter mir. Hilfe. Ich muss flitzen. in verschiedenen Richtungen. Oh. Oh, der wurde eine rausgenockt. Ja. Einmal von hier. Und. Und. Er fragt, ob wir ihnen helfen können. Ja. Versuch's. Ist ja irgendwo safe. Da oben. Da oben. Ich mach. Da oben, wo der gelbe ist. Hilf mal. Oder zieh mal mit hin. Da standen nämlich gerade welche. Ups. Falsch gehört. Genau, wo der gelbe ist. Da müssen wir helfen. Hinter uns waren aber auch welche. Hinter uns und rechts. Ich cover mal den Rücken. Ich hab keinen Smoke mehr. Ja, ist okay. Kannst du ihn aufheben? Oder ist er... Ja, ja. Ich bin gleich da. Okay. Oh. Doch nicht. Okay. Von wo? Von wo? Ich weiß es nicht. Ich hab's nicht gesehen. Molly. Ah, hier. Da. Er sitzt direkt. Oh Gott. Alle erwischt. Äh, schreib. Helf mir. Aber hätt ihr callen können, dass er behind you ist. Okay. Naja, was soll ich machen? Da ist jetzt nicht viel zu machen an der Stelle. Ne. Pass auf. Der sitzt direkt an. Ich bin sowieso in der Scheiß-Pose hier gerade. Ja, ich seh'n. Da ist er. Oh mein Gott. Nice. Man hat schon viele Schüssel gebraucht, aber ja. Naja. Ganz mal. Was ist noch nicht mehr viel? Ja. Zwei Magazine noch. Das reicht. Zwei. Das ist ein Schiss, dass hier unten noch irgendwelche Leute sind. Das ist ein Schiss, dass hier unten noch irgendwelche Leute sind. Nein, wie konnte ich den verziehen? Aha, hab ich gesehen. Es sind zwei, es sind zwei. Einmal der da oben und der war noch einer da unten. Ja. Ja, der heckt da an der Ecke. Unangenehm. Oh Gott, ist die Granate weit weg geflogen. Die ist auf den Felsen abgesprochen. Das ist hier gewesen. Wow. Macht die BZ-Granate Schaden, weißt du das? Ja, wie blaue Zone halt. Ah, ok. Da oben. Hätte ich mal die andere Waffe genommen? Das ist ein Knallforsch. Hahahaha. Uff. Ah, ok. Da ist er. Wo sind da noch mehr? Wir haben da noch mehr hier. Oh, 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 oh. Ich hab's gesehen. Ich hasse, ich hasse es. Ja. Einer ist hier oben. Kann ich nicht. Achso. Ist schon. Nein. Ach. Weil du von unten halt... Ach, was. Warte mal. Ich war Zweiter? Oh mein Gott. Ich hab's gar nicht mitgekriegt. Aber es ist von oben leichter, einen Headshot zu machen. Ach, Mist. Aber schön. Naja. Knapp. Hallo, drei Chicken in, in, in Vollgewähl-Shop. Das wäre frech. Naja. Aber trotzdem wieder eine geile Runde. Also, länger geschlagen, als ich dachte. Aber ich hab zum Schluss, also dieses eine Ding, da hätte ich eine andere Waffe nehmen, müssen. Das war falsch, da die MP zu nehmen. Da hätte ich bitte... Ich hatte Zeit. Ich hatte einen Moment Zeit. Egal. Ja. Stellst du auf du? Ja. Obwohl, es war auch irgendwie witzig, aber... Es ist angenehm zu spielen. Also ich hätte es bestimmt noch vor uns spielen. Aber lass mal da runter gehen. Ja. Also heute hab ich sogar Spaß. Das heißt ja schon was. Ja. Ja. Ja, aber man spielt sich ja auch ein, ne? Das ist ja das, was Lienchen das letzte Mal meinte. Irgendwie man... Ja, ich bin ja mit Lienchen eigentlich vorgestern ja zusammengegangen. Ein bisschen Aim-Training für mich und halt, um wieder reinzukommen. Aber das haben wir dann verschoben. Tja. Ist dann leider doch nichts draus geworden. Ja. Hier im Laptop funktioniert halt nicht. Und leider geht es halt nicht... Cross-Platforming funktioniert halt leider nicht. Das ist ein bisschen blöd. Ja. Was eigentlich erstaunlich ist, finde ich. Also... Ich mein... Rundenbasiertes Game. Ja. Gut. Aber je nachdem wie es halt aufgebaut ist, ne? Wir haben halt eine Version gemacht für den PC und eine für die Konsole. Oder für alle Konsolen, wo ich... Oder eher. Es ist auch von der... Von der Menüführung und allem sieht es komplett anders aus, ne? Also die ganzen Slots an der Seite und das Looten, das... Ist halt von der UI alles ein bisschen anders. Und ich könnte mir vorstellen... Obwohl... Was ist leichter? Konsole oder Tastatur? Keine Ahnung. Weiß noch nicht, ob was da die... Was da die vorherrschende Meinung sozusagen ist. Ich finde, mit nem Joystick kannst du halt... Präziser aimen. Und ich hab ja meine... Meine Sensitive von der Maus, hab ich ja... Ein bisschen runtergestellt. Und... Weiß nicht. Ich hab ja... Oh Gott, das wird eh Rangel. Ähm... Weiß nicht. Ich hab vorher viel Konsole gespielt. Vor... Vor... Fünf Jahren hab ich mir... Dann meinen ersten PC geholt. Und... Und... Hauptsächlich bin ich jetzt PC-Spieler geworden. Allein was... Äh... Guck mal, die hat doch ein schönes Outfit an. Guck mal, die hat doch ein schönes Outfit an. Ja, für mich ist Konsole immer... Ähm... Ja, nett. Ähm... Für mich ist Konsole immer Nintendo gewesen. Und Nintendo ist für mich halt Gesellschaftsspiel. Und... Ähm... Deswegen kam für mich nie in Frage sowas zum Beispiel auf der Konsole zu spielen. Also ich hab's mal probiert. Damals irgendwie mit... Äh... Als Teenager noch. Turok Evolution hab ich damals auf dem Gamecube gespielt. Ähm... Hab ich glaube ich auch immer noch. Das Spiel... Also ich... Ich könnte mir sogar vorstellen, dass wenn ich eine entsprechende Capture Card hab, dass ich doch sogar streamen könnte. Vom Gamecube aus. Aber das ist jetzt eine ganz wilde Theorie. Aber es geht bestimmt. Und ähm... Genau das hab ich halt früher gespielt. Aber sonst... Nintendo für mich immer Gesellschaftsspiel. Also so mit mehreren Leuten. Und... So Shooter kam für mich überhaupt nicht in Frage. Und dann irgendwann Rechner, Laptop, ja. Wegen Mobilität. Und dann war Konsole sowieso weg. Na... Oh, wir haben ein Team hier dabei. Wollen wir abdrehen? Komm, rein da. Okay. Oh, das Team ist aber abgedreht glaube ich, oder? Oder seh ich die nicht mehr? Doch, doch. Einer ist noch da. Ha, der ist jetzt... Jetzt ist er abgedreht. Sein Mate ist schon vorher abgedreht. Nice. Hast du gesehen? Äh, ne. Ich hab nicht... Ja, ich hab's beobachtet. Weil mein Haus liegt gar nichts. Da sind sie. Ich hab's markiert. Okay. So, die wollten erst. Und dann ist der eine schon abgedreht gewesen. Und dann hat der zweite Serien auch gemerkt so... Oh, Shit. Okay. Den Call hab ich verpasst. Bin zu spät zur Party. Okay. Bist du in dem Hochhaus drinnen? Nee, ne? Nein, nein. Ich bin unten. Will ich nicht. Will ich nicht. Mütze. Was bist du? Will ich jetzt hier nicht über den Haufen knallen? Was bin ich? Welche Etage bist du? Unten bei dir. Okay. Dann geh ich ganz nach oben. Okay. Weil sonst nehmen wir uns gegenseitig den Loot weg. Ist der denn auch Blödsinn? Wie viele Rucksäcke. Ich brauch Inhalt für den Rucksack. Nicht die Rucksäcke. Man, just kind of. Noch ne Weste. Hier. Was ist das? Mini. Naja. Den lade ich nicht mal durch. Das scheiß Ding. Weiß nicht. Mini fühl ich nicht jetzt. Hier ist der dritte Dreier-Rucksack auch noch. Also was ist denn das? Ähm. Kommst du meine Etage runter? Gleich. Ah, hier. Zweier-Rucksack. Ich hab nen Note-File Pickup. Ja. Brauchen wir den? Note. Ich leg dir hier auch was hin. Ne. Ich lass mich mal erstmal selber looten. Ich hab ja noch nichts. Also. Ich brauch erstmal. Also die Etage machst du jetzt. Und. Ich bin hier so gut wie durch. Hier liegt ne Umpelumpe. Ja. Ich hab noch nichts, Stummi. Ich hab ne AUG, die will ich nicht. Und ne M24, das alles. Dann lass uns tauschen. Ja. Sag tauschen und hat nen Schmidt mitgebracht. Hahaha. Achso. Ich dachte du wolltest die Scar haben. Ne. Ne. Scar will ich nicht. Scar ist auch nicht so meins. Ich hab jetzt die Umpel genommen. Ach geil. Lass uns tauschen. Okay. Was krieg ich? Nix. Hahaha. Sorry. Ne. Alles gut. Hier ist ja noch genug Stuff. Wir haben ja noch Zeit. Wir sind ja in der Zone. Wir können notfalls auch noch Richtung Norden. Da ist auch noch ein Haus. Richtung Orange sind die, ne? Wo du gemerkt hast. Ich hab markiert, genau. Dupdi-dupdi-dup. Jetzt muss ich aber irgendwo auch nochmal Loot finden. Was suchst du denn? Was willst du denn? Hm. Brauchst du die M24? Wenn du sie nicht möchtest, würde sie eh... Oh, da ist... Da hat jemand, äh... Vorsicht, Mörser. Ja. Alter, diese... Ich hatte ein Vierer abzugeben. Diese Gedenksekunde, bis das Ding einschlägt, ne? Ach. Also es macht halt mehr Krawum, als es eigentlich an Schaden macht, aber... Hier ist ne Mosin. Oh, ja. Die nehm ich. Und? Jep. Alter. Jaja. Au. Oh, fuck. Das hatte ich erwischt, ja. Draußen darfst du nicht rumrennen. Aber im Haus kann dir gar nichts passieren. Ja. Noch eine, pass auf. Mhm. Das ist halt... Mit den Vierern der SKS ein erweitertes AR... Ja. Die M24 hab ich da alles hingeschmissen. Genau. Das brauch ich alles nicht. Ach, ich hab jetzt die Mosin. Mhm. Das mit der... Ähm... Mit dem Mörser. Mit dem Mörser. Das ist dann witzig, wenn du das hörst und eventuell lokalisieren kannst, woher es kommt. Und dich dann auf den Weg machst. Weil der, solange der den Mörser bedient, extrem fokussiert ist. Und da halt dann entsprechend wenig reagieren kann. Ja. Hier liegt noch eine M24. Mhm. Ist schon weitergelaufen. Das bist du, ne? Ja. Kommen wir jetzt rein. Ich geh mal hier in den Wald. Ich will mal jetzt mal gucken, ob ich die sehe. Lass mir ja ungerne Granaten hier aufs Dach schmeißen. Gucken wir uns da revanchieren können. Gers, bist du. Gers, bist du. Gers, bist du. Ich freide da Blut. Seht ihr was gehört. In derсяse Schrank der uns aus wie normal gespawnt sind das hier waffen kisten das ist ja einfach nur ne das ist einfach nur so ein bunker sondermüll einfach nur schrott ist egal ob die noch da sind oder nicht das würde ich auch gerne wissen hier sind zwei autos naja dreiviertel habe ich gesehen der ist neben dir eingeschlagen oder auf dir und hatte ich nicht gekillt krass ok überrascht mich jetzt schon ein bisschen dachte der ja ich der one schottet shooting range oder es war wahrscheinlich oder es war wirklich neben mir und ich habe es aber so interpretiert dass es halt auf mir war ich bin mal kurz hier rein brauchst du noch irgendwas keine ahnung keine ahnung ist so ja eigentlich also höchstens noch mal ein besseres visier aber das vier fahr ist schon geil ein sechsfach andere habe ich jetzt noch gefunden oh ein rotpunkt habe mir nur gefehlt jetzt habe ich ihn naja ein sechsfach habe ich für dich ok also schnell zugriff mp habe ich hier ist noch ein vierfach aber du hast ja schon alles ne ich habe nur sechs ich stehe mal das sechser müssen los die du die du die du fahne wäre hier noch aber du bist du ne ja bitte fahr mich nicht über den hoffen soll ich fahren fahr mal kurz an den jeep dann wisse schieße ich da die reifen das hat gut geklappt ich hätte auch ne nade werfen können willst du das jetzt hier nochmal machen oder sie rollt richtung auto aber explodiert da wo sie sie rausgebrochen haben und pro jahre fahre ich mal schnell vorbei ne ja ja ich weiß ich erkläre gleich warum ich hier lang will ich will nicht über die brücken müssen ist mir aber gerade eben erst eingefallen wo wir anhalten aber da können wir nicht runter schießen dann bleib stehen ok bloß auf dich mhm steht dort ja sorry knockt hier da ist noch einer am haus rechts von dir an der hauskante er läuft kill beide nice bin ich sicher beide unterstriche nicht dass das bots waren aber heben bots sich gegenseitig auf teilweise hat doch pralinchen mal gesagt da läuft noch einer oh oder ganz hinten angst spekriert sehe ich nicht da kill nice gerade gesehen als umgefallen ist so ging es mir bei deinen ja das hat sich ergeben weil die haben die die rübe über die mauer gesteckt und dann war es relativ einfach zu zielen ja schön hier mal angehalten einmal schön äh bryana irgendwie abgefangen so und jetzt können wir eigentlich weiter so haben wir alles ist halt mitten auf der pläne stehen geblieben deswegen war ich so ein bisschen verwirrt hat sich dann umgedreht naja hier fahren zwei autos die kommen zu uns hoch was wo denn äh orange markiert achso von orange zwei autos nein nicht runterfallen hinter uns gab es auch noch schüsse oh wir müssen ab ins auto wir fahren warte kurz zone kommt komm 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 der eine hat ein head gefressen weg drin ich hab noch deinen sechsen ja oh hier waren wir auch schon mal gewesen wo pralinchen den ganz bösen disconnect hatte und dann sind wir hier alle über die offene pläne und dann war es ruckzuck zu ende aha die compound ja aus dem häuschen hier oben ins dorf hinterm felsen dann absenken so warte ich tock dir dann sechser aber nicht hier drin nicht hier draußen nicht hier draußen Hilfe alles gut das ist ein oranges auto check da hinten auch er ist nicht mehr da keine ahnung wohin er ist er läuft da unten orange markiert mhm siehs hinterm haus hinterm haus mhm er piekt der piekt er piekt ja nicht mehr würde ich auch nicht da 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 der gelb hit der assist ging zu mir weißt du wie ich die skalierung hochstellen kann vor allem wenn ich im zimmer bin keine ahnung ich weiß dass es geht aber ich weiß nicht wie ich hab keinen plan das würde ja im prinzip bedeuten dass du nicht mehr vorhalten musst ich bin ich bin von oben aus der hütte orange markiert kannst du denn dich in sicherheit krabbeln ich bin hinterm baum oh ich wurde beschossen jetzt wird es schwierig ja weil ich jetzt nämlich von unten bekomme er steht im tor ja ich sehs ich sehs ich sehs ich sehs ich sehs Mist nein ich sehs du musstest mich holen ja aber dann werde ich beschossen von der anderen seite ja was hast du denn hier gedroppt den notfallplick gehabt hm ich weiß nicht ob es reicht alles gut hm die aus der halle ist weg ja wir müssen ich bin jetzt wieder down ja aber hast du ihn nicht geheilt hätte ich mich jetzt direkt geheilt wäre ich wieder gestorben verbände verbände wenn ich getroffen werde bin ich tot ja das war's egal verbände was nicht gehabt war nee ich hatte nur medikit weil mit verbänden ich weiß nicht ob ich es wirklich hatte aber der war trotzdem noch in der halle da ist jemand durchgefahren und trotzdem war er noch in der halle ähm weil mit verbänden da heilst du ja nebenbei oh okay ähm also die die machst du einmal um und dann heilen die nebenbei und dann kriegst du mehr Zeit um den medikit durchzuziehen ah ok mhm deswegen die verbände sind eigentlich gerade zum ende hin ich vergesse das auch oft aber die sind eigentlich so der Schlüssel also also links was ok na mal probieren hab ich auch noch nie noch nicht ausprobiert aber ich hatte mal irgendwo gesehen gehabt dass es geht ja aber das hatte ich eben gedrückt und er hat es trotzdem nicht genommen gut ich hatte auch ein achtfach oh keine ahnung ich hab noch bock ich muss morgen bloß rechtzeitig ähm einmal wach werden um neun zum telefonieren und dann kann ich weiter pennen wow ja nee ich muss ähm hatte ich erzählt ich will zum bauern irgendwie zwei karren mist holen und ähm wir haben gesagt wir telefonieren um neun nee ach der will meistens so wie eine kleinigkeit haben oder sowas es ist überschaubar ist halt rinderdung und der ist halt für den Boden ganz gut und also manchmal kriegt man den auch an manchen stellen kriegt man den auch umsonst aber ähm der braucht den halt selber für seine für seine Rinder und das ist ja okay also dann kriegt der kriegt er irgendwie eine kleinigkeit und dann ist es in Ordnung ich meine ich könnte auch mineralischen Dünger nehmen aber ähm naja bisschen socialisen im Dorf und so ne und die Tomaten werden großartig dadurch also aber ich sag mal jetzt so zwei karren mist von oder was weiß ich ne tut denen jetzt auch nicht weh ähm gibst du denen nee mal ein Essen aus oder ein Bier oder ein Kasten Bier oder keine Ahnung was äh da ist der auch glücklich ja also für mich ist es selbstverständlich dass ich nicht erwarte dass es sowas kostenlos gibt ne wenn jemand sagt so von wegen hey komm ist gut hier die zwei karren das ist schon in Ordnung ja dann kann man trotzdem ne Kleinigkeit geben ja ja mach ich ja mach ich auch genau aber ähm ja es ist halt wenn ich jetzt irgendwelchen Kompostboden kaufen würde sag ich mal dann zahle ich dafür ja auch Geld und ja wenn sich das für mich die die Waage hält ist es okay wenn einer versucht mich abzuziehen oder sowas dann bin ich dann sag ich auch so du okay war das letzte Mal ja ja klar heute ist aber genauso ne einmal wieder fertig ja genau richtig und letztendlich ist auch völlig in Ordnung wenn jemand sagt äh nee ist nicht und ich versteh nicht der Ostpreuße Ostpreuße gute Nacht wünsche ich dir ich hab keine Ahnung warum das nicht schon wieder nicht funktioniert ja schön dass du da warst mein Lieber hau rein schönes Wochenende ich muss diesen kompletten Kram nochmal neu machen ich hab das heute nochmal neu reingeladen und nochmal neu aktiviert und trotzdem diese diese Sound Alerts achso ja die sind ein bisschen bisschen nervig dass sie manchmal klappen und manchmal nicht ja das ist eine nette Geschichte ich weiß gar nicht dann müssen wir mal gucken ob wir bis zum Airport kommen um ehrlich zu sein kann sein dass wir schon hier ab äh runter gehen weil wir verlieren sehr schnell an Höhe ich hab die falsche Taste geholt mhm so nur treffen wir uns da ja aber ich werde auch nicht bis zum Airport kommen wie vermutet schon am besten alles neu kaufen ja es ist halt eigentlich ein kostenloser Service ne also zumindest dieser Sound Alert also ich hab keine Ahnung und andere einer wickelt bis zum Airport mhm ich geh bei mir hier runter und komm dann zu dir rüber ich hab direkt über mir einen ne ich hab direkt über mir hier einen er ist genau hier runter gekommen gerade beim LKW scheiße keine Waffe scheiße und da ist noch einer okay meine Phrasier ist immer noch keine Waffe das gibt's auch nicht gut er hat aber auch kein Interesse gehabt Glück gehabt hier Moin Dreier Rucksack okay entspannend der Dreier Rucksack ist im Prinzip es gibt Level 1, 2 und 3 bei Rucksäcken Westen Helmen und die haben entsprechend bessere bessere Tragfähigkeit also mehr du kannst mehr in diesen großen Rucksack reinpacken das ist eigentlich so der Hintergrund und der Dreier Helm der hält halt besser die Dreier Weste hält besser und das sind so die die Unterschiede also dreifach ist sozusagen oder 3 ist halt im Prinzip das Beste 2 ist Mittel das findest du relativ häufig 1 ist das Schwächste ich komm zu dir und sonst bei den bei den Waffen ist es halt ganz unterschiedlich je nachdem was man halt mag das ist wirklich eine eher eine Geschmackssache gibt es ein paar Sachen die spielen sich halt leichter machen dann aber weniger Damage wie zum Beispiel die MP Maschinenpistole ähm gibt es ja auch verschiedenste genau das sind halt unterschiedliche Charakteristik dann halt ne gibt es halt verschiedene Klassen ähm Snipergewehre oder halt ähm Assault Rifles im Prinzip so ganz klassische oh Gott ich kenn mich gar nicht genug aus damit um ehrlich zu sein ähm Maschinenpistolen würde man glaube ich sagen aber ne Maschinenpistolen ist ja eigentlich MP Maschinengewehre ich glaube Gewehre sind das das richtige Wort und dann hast du aber auch halt ja verschiedene Scharfschützengewehre ja bin ich noch Entschuldigung ich äh versuche hier so ein bisschen Zeug zu finden und bin ich sicher ob äh hier noch jemand ist oder ob der auch einfach durchgerannt ist ich glaube aber er ist durchgerannt sonst hätte ich ihn gemerkt ok hast du überhaupt schon was gelootet? ja ich hab einfach nur schnell das genommen was da lag ja möchtest du irgendwas bestimmtes haben? brauchst du was bestimmtes? äh aktuell eigentlich nur ne K oder ne Mosin oder halt wie sowas damit kann ich auch nicht groß dienen ich hab lediglich ne Mini das ist ein bisschen mies ja könntet ihr ne Umpel anbieten hier liegt eine ähm genau das hab ich nicht verstanden eine AUG da hatte ich vorhin eine die hab ich weggeschmissen ich weiß aber nicht mehr wo sorry ja ich hab erst die K2 gehabt weil ich halt schnell zu dir wollte oh hab dann jetzt gerade die AUG hier ist auch eine mit Moni du 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 ähm ich sammle mal Heilzeug für alle ein ne ich hab ich hab sogar Verbände dabei du das Ja. Okay. So, jetzt habe ich Lust, ein bisschen rumzuballern. Mal sehen, gibt es hier ein Dach? Ja. Formiert das nicht. Ah. Boah, hast du mich jetzt da schockt. Ich habe doch gesagt. Ich habe Bock, ein bisschen rumzuballern. Oh, ne, ist das wohl kein Schaden. Brauchst du noch einen Rotpunkt? So krass, das Ding. Lol. Rotpunkt, erweiterte Schnellzugriff für MP. Nein, 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 alles gut. Ich habe bloß ein bisschen... Ich habe bloß ein bisschen wilde Sau gespielt. Ich habe sowieso nichts getroffen. Er trifft ja mit dem Ding auch nichts, aber... War das der Mörser? Ja, ja. Absurd, oder? Wie laut das Ding ist. Es sieht halt aber auch ein bisschen geil aus. Ja, also... Hilfe. Achso, ich brauche... Warte mal, Rotpunkt habe ich. Alles gut. Erweitertes Dings-Up für die MP. Ich habe, glaube ich, alles. 15 Getränke. Läuft. Ja, nochmal Schmerzmittel. Hier ist nochmal ein Mörser, wenn du möchtest. 1, 2, 3, 5 Kanaten. Nee, danke. Ich habe halt dummerweise nur die MP. Das ist ein bisschen doof. Äh, nicht die MP, sondern die Mini. Ich habe nur eine Mini. Hier liegt ein Vektor. Ja, ich bräuchte eher... Was für die Distanz. Was tut das mit dem Fenster? Jawohl. Auto? Ja. Zwei Rotpunkte sind hier. Wildes Munition rausballern. Dir geht ja auch. Der Stift, wenn der da im Auto sitzt, ne? Ja, ja. Nicht zu leugnen. Vor allem, wenn du dann immer mal wieder die Blecheinschläge hörst. Dank, 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 dank. Ich brauche jetzt natürlich Muni, ja, ist klar. Manchmal muss man in Playstation-Dimensionen denken und einfach irgendwas kaputt machen. Ah, hier. Und wenn man sowas... Was? Wir sollten auch mal so langsam... Ja. Jetzt dummerweise viel von meiner blauen Muni verschossen. Wäre noch zweifach, wenn du lieber zweifach spielst. Nee, ich habe jetzt auf meine SKS ein Dings drauf gemacht. Äh... Holo. Oh, 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 Moment. Hier ist eine K. Nice. Hier ist es. Danke. Unten achtfach. Ja. Also ich habe jetzt 18 Getränke. Wie viel? 18, 1, 8. Wenn wir mal eins nehmen, wa? Willst du welche haben? Äh... Ich habe... Sechs. Oh, reicht dir das oder möchtest du noch mehr? Oh, das reicht. Okay. So. Kriegen wir einen fahrbaren Untersatz irgendwie noch her? Oh, Auto. Ist hier, glaube ich, durchgefahren. Ja. Kann man den LKW da vorne fahren? Ja. Ich glaube nicht. Lustig mehr ist. Mist, wir haben... Das ist ein bisschen verpennt, glaube ich. Hier steht auch nichts mehr. Verdammt. Da haben wir jetzt getrödelt. Mist, hier ist wirklich nichts. Wo müssen wir denn hin? Ist weit? Ja, ist sehr weit. Was ist denn, Auto? Ah, super. Hier haben sie die Reifen zerschossen. Come on. Gut gespielt, würde ich sagen. Jetzt müssen wir mal überlegen. Hier ist eine M24. Stimmt, wir brauchen ein Auto. Ja, ich weiß. Eigentlich müssen wir die Straße komplett lang laufen, ne? Ja. Also. Du bist ja Gott sei Dank schon ein Stück weiter, aber... Mist, aber auch. Na gut, was machen wir? Notfalls durchheilen. Ich habe ein paar Getränke dabei, habe ich ja gesagt. Ähm. Ein paar Bände. Hilft dir nichts? Habe ich irgendwo ein Fahrrad gesehen? Ich glaube nicht. Doch, doch, irgendwo habe ich... Bis ich das gefunden habe. Wenn es hier nicht zufällig irgendwo liegt. Nee. So, das rote Auto ist kaputt, ja? Ja. Blöd. Also müssen wir flitzen. Das ist ja das, was ich eigentlich mit wollte. Ja. Ja, das... Da dachte ich mir so eher, komm, du bist in Gefahr, dann komme ich schnell zu. Och. Ja, Gefahr. Jetzt wäre so ein Notfall-Pickup nice. Ja, ist richtig. 30 Sekunden. Ich komme gerade mal in die Zone, um mich zu heilen. Hier waren Leute. Ich habe ein Auto. Ich habe einen Flieger. Oh, da läuft jemand. Da. Ich bin da bei dem Flugzeug. Ja. Ich habe ein Auto. Kannst du überfahren? Achso, jetzt fährt es mir genau vor die Klara. Da hinter dem Baum. Ich kann nicht, ich muss mich jetzt mal heilen. Sturmi, warum sitzt du denn da? Da schießen zwei Leute. Ich habe es doch gerade gesagt. Warum wartest du denn da? Komm hinters Auto hier. Nicht hinter dem Baum. Achso. Ach komm, lass doch mein Auto ganz. Mein Helm ist komplett am. Naja, klar. Geh da in das Haus. Am besten hol dir, weil ich jetzt gleich... Alles gut. Ich fühle mich kurz noch. Am besten hinsetzen. Die schießen da immer noch. Die schießen. Also... Müssen auch weiter, ne? Ja. Ich kann nicht hexen. Du bringst uns da aber auch in eine Situation. Also ich werde langsam ungeduldig. Dann fahr mal. Ne, aber ich meine, ich heile nur noch gegen. Das schaffst du ja auch kaum noch. Medik. Das ist gerade so. Das ist gerade so. Hast du diesmal Verbände dabei? Ja. Halt mal bitte aus. Schau nach dem Auto. Boah, dieses Geräusch. Naja. Oh, um Gottes Willen. Die falsche Taste gedrückt. Hier steht ein Auto. Hier steht ein Auto. Du musst aussteigen. Ich wollte eigentlich anhalten. Auf mich schießen. Ja. Ich gehe hier runter. Ich hoffe, du kannst mich noch heilen. Ach, das ist ja eine Runde. Einen Verband habe ich noch. Das müsste reichen. Auch für Medipack. Auto hinter uns. Ich sehe hier kein Auto. Ne? Nehmen wir das hier? Komm her. Ist das mit Passivgerade gekommen? Ne. Steigen Sie ein? Und? Wo können wir rüberfahren? Wo ist eine Brücke? Hier drüben, oder? Du musst mal bitte navigieren. Was? Du musst navigieren. Ich sehe nichts. Achso, hier ist eine Brücke. Okay. Rechts. Aua, 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 aua. Das wird eine scheiß Zone. Ja. Oh Gott, das ist schon die letzte, oder? Fast. Ja. Phase 5. Ey, es tut richtig weh. Wir müssen irgendwo hin, wo wir heilen können. Oh Gott, hier unten sind Leute. Super. Nichts zu ändern. Aua. Lol. 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 Ich bin an dem vorbeigelaufen, der schießt und schießt und schießt, sein Magazin ist alles, ich so, was machst du denn an der Ecke? Und dann stehe ich die ganze Zeit vor einem Typen mit dem Gilly und der hat mich auch nicht gesehen. Was war das denn für ein Schrott? Ich bin da einfach reinmarschiert und dachte so, ich muss jetzt mal heilen und dann steht er da und trotzt da. Das Leider war bestimmt voll eingescoped gewesen oder so. Und ich dachte so, was schießt denn da auf dich? Ich so, naja, der Typ steht in der Ecke und dann der andere mit dem Gilly und der Großer da. Die sind ja lost. Das war eine Runde. Die ging ja mit dem Drop schon los. Und dann komplett verpennt ein Auto zu holen. Da ging einiges. Ich habe 250 Damage gemacht und keinen Kill. Also keine Ahnung. Die Caller vorhin hatten Kill, aber kein Damage. Also. Da ging einiges schief. Und dann auch noch mit dem Auto. Wie viel Heilung wir verschwendet haben. Einfach nur, naja. Also ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, du fährst da vor die Leute mit den zwei Knarren und bleibst in dem Auto da sitzen. Ich habe deinen Marker nicht gesehen und ich dachte so, okay, bleibst jetzt hier stehen, lädst du den einen, fährst weiter und auf einmal kriege ich voll den. Ja, naja, das ist ja ein bisschen einfacherer, sag ich mal, als dann jemand, der im Auto sitzt, eine mitzugeben. Und wenn er sich gar nicht bewegt. So ganz artig hier so von wegen, ich bin jetzt dein Alternativziel und halte die Birne dafür hin. Das war so. Und dann, ich brauche erstmal einen neuen Helm. Ich sage, ja, wir müssen aber los. Und dann ist das Auto natürlich noch kaputt. Naja, klar. Und, ach, schön. Das hat... Der meint Fußball. Das hat alle die Paste eben bei der Runde. Schön. Naja. So eine Dinger muss ich auch heben. Fünf Idioten rennen einen Fußball hinterher. Das ist doch schon wieder hier die, die... Wo wollen wir denn hin? Die Frage. Wir könnten hier hinten nochmal hingehen. Man kommt ja relativ weit zum Fliegen. Dann haben wir ein bisschen Zeit. Müssen aber gucken, natürlich, wenn die Zone wieder komplett auf die andere Seite geht, wäre natürlich doof. Aber dann hat man wenigstens ein bisschen Lootzeit. Irgendwie. Ja, irgendwie so müssen wir mal gucken. Je nachdem, wie viele auch mitkommen. Ja. Das Ding wird mit Gas-Tubinen angetrieben, oder? Also mit der Jet-Engine-Zeit, ne? Äh, ja. Das Ding sieht so, so unfassbar simpel aus, ne? Also es ist halt im Prinzip ja auch nur ne Röhre mit zwei Propeller. Ja, und hinten die Düse. Ja. So, drei Leute sitzen noch drin und wir sind zwei davon. Raus geht's. Einer geht dahin, wo ich gemarkt habe. Direkt über dir ist jemand. Check. Der zieht jetzt hier runter. Ich gehe Richtung Ruinen hier. Hier, guck mal, wo der runter geht. Direkt auf dem Feld. Hier ist auch ein Buggy. Mhm. Direkt auf dem Feld und rennt weiter Richtung Osten, okay. Wow. Pfeil und Bogen. Kriegt mir jetzt auch was. Okay. Da hinten bist du gelandet. Okay. So, jetzt muss ich erst mal markieren, wo die hin sind. Die sind nämlich dort gelandet. Da sind die wahrscheinlich dran. Bei eins. Vermutlich. Markier mal. Ich habe eine Panzerfaust. Ja, ich habe markiert. Okay. Dann schieße ich da gleich mal mit der Panzerfaust rein. Feuer frei. Die lässt sich sehr unangenehm aimen, finde ich. Findest du? Ja. Ist nicht so meins. Ich habe es mal probiert, aber massiv daneben geballert. Uh, was haben wir denn hier? Zweifach. Holo. Griff. Ist ja genau Zonenrand hier. Nice. Ja. Ich finde halt noch nicht das, was ich will. Ja. Manchmal muss man das nehmen, was man kriegt. Leider. Oh, M24. Na, du siehst du, geht doch. Ich markier die mal kurz. Dann komme ich nämlich jetzt mit der Panzerfaust. Und schieß da mal runter. Eine K gefunden. Nice. Ja, hatte schon Sinn, aber dann nehmen wir natürlich lieber die K. Jetzt ist dein Marker weg. Okay. Nee, bei mir ist er immer noch da. Soll ich nochmal neu setzen? Da. Hast du schon geschossen? Hast du schon geschossen? Das ist schon fett. Ja. Alle auf dem Server haben gerade gehört, dass du geschossen hast. Also auch die, die schon in der Lobby wieder sind, haben es gehört. Nicht schlimm. Nee. So. Ich puste da jetzt hin. Ja, nee. Nicht pushen. Ich habe eine M24 mit 6-fach. Ja, ey. Du bist so. Da hinten bist du okay. Das heißt, ich muss eigentlich Richtung. Naja, ich komme mal so schräg zu dir. Und habe das mal ein bisschen im Blick. Und hier liegt ganz was. Geheimraumschlüssel. Ja, ja. Es gibt geheime Räume hier. Ich nehme den mal mit. Das müsste sogar... Warte mal. Das ist, glaube ich, sogar da. Gibt mehrere davon. Doch. Wo soll ich denn nicht? Das ist... Nee, nee. Ich habe alles. Okay. Ein Vierer? Ja, ja. Brauchst du? Achso, nee. Ich habe einen Dreifach, glaube ich. Achso. Dann nehme ich es dir mit. Oh, da hinten läuft jemand. Ich habe halt nur O&P, ne? Das ist super. Ja. Ich bin nur noch die Position. Ich komme mal zu dir. Ich kann dir ein bisschen Monie geben. Ist kein Problem. Hab genug. Falls du nichts mehr findest. Brauchst du Getränke oder irgendwas? Ich habe einen Energy, einen Schmerz. Ich habe einen Sechsfach gefunden. Okay. Pack ich das. Willst du das hier trotzdem? Gibt es denn? Ähm, ja. Schallye SR. Nice. Für beide ein Schallye. Hilfe. Was liegt hier alles rum? Okay. Hast du genug Getränke? Ich habe 1,1. Okay, ich bin bei 1,9. Ja, ergibt sich halt manchmal. Hier ist Monie. Blaue Monie. Ich komme. Panzerfaust. Alter, es ist hässlich hier. Wir müssen. Warte mal. Du hattest vorhin gesagt, du hast ein Buggy. Ja. Jetzt fragt mich der aber nicht mehr, wo. Ich glaube, ich habe ihn gerade gesehen. Ja, hier. Mach dich mal abreisebereit. Ich will hier nicht bis zum Ende warten, um ehrlich zu sein, weil... Ja. Ich kann mir schon einen Gang weglaufen. Jetzt da. Mhm. Ich will mal hier gucken, ob hier außen jemand ist. Hier. Kannst du meinen Schlüssel verwenden. Mhm. Vorsicht, nicht vor dem Aus... Ja, ja, nicht vor dem Ausgang stehen bleiben. Willst du einen Kompressor haben? Ich habe einen Schali auf der M24. Doppel-Sex-Wach. Naja, das Ding ist halt geil, Jan. Dann ist halt hier ein Notfallhilfe-Set. Kannst du ja auch noch mitnehmen in der Mitte, ne? Ich will jetzt mal so ein Magazin für die M24, sonst habe ich alles. Ja. Brav. Müssen wir sie aufteilen. Ich wollte halt unbedingt hier außen lang. Ja. Weil wir dann von außen nach innen uns bewegen können. Hier ist jetzt scheiße. Ja. 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 Darling. nicht weit müssen wir aufpassen dass ich nicht schon leute stehen wüsste ich sehe nichts ich glaube dort bei der bei der antiken mauer ja wir müssen weiter links schwierig posi ist nicht schlecht aber die sicht ist scheiße sie ist halt nix da oben läuft einer ja gesehen berg runter gerade ist jetzt da öfter hin lohnt ihn lohnt den schuss nicht ich habe auch überlegt soll ich soll ich nicht jetzt kann ich ja doch ist ganz skalieren mit bild hoch bild runter schwierig weil halt auch das dorf direkt links neben uns ist ich gehe jetzt erst mal vorbei zone kommt oh hier läuft bei mir bei mir bei mir bei mir kannst du finishen ok dann hast du nicht gesehen da ist jetzt natürlich richtig blöd für mich der kann da auch nicht bleiben da ist im haus ist er reingekrabbelt oder was ja muss laufen wollen wir pushen ne 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 ganz blöde position er sieht uns von weiten schon jetzt läuft er hinten ins andere haus ok haben gesehen bin ich safe ich gehe hier an den berg ran hier steht jetzt nicht noch irgendwo hin ich komme ein stück vor zu dir da ist er im haus am oder im da in dem fenster da war er im ich sehe das fensterlöch ok wurde beschossen schoss auf mich von weit ganz weit weg ja komm wir von ab ich gehe hier wieder hoch zu dem baum wo du warst check weil das bist du ne ja der baum gibt schutz oh es ist hässlich hier ist ja nischt wo dahinter läuft einer hier da guckt da hat er jetzt hast du gesehen da wo du markiert hast ja ach komm hab ich markiert ja er kam aber links und ich habe in dem moment links geguckt weil gerade gießen er war schneller krabbel mal bitte da weg er ist links oben ja ich sehe es mit einer klar nice ja was noch vier begeistert bei der Position nee zwei Koffer nur ich bin gleich wieder da hm aha da waren es noch zwei die haben noch in die Richtung der geschossen ne da flitzen sie oh shit oh nein na da sind sie bitte zwei gegen ein ei 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 okay 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 ja das war's oh oh lol das glaubst du nicht what what umpe alter umpe for the win lol wie kann der denn hier vorne schon bitte her was ist denn hier los und ich wollte noch auf die K wechseln und dachte mir so ne komm versuchen hinlegen ich hatte ja wirklich keine HP mehr lol und das stummis afk läuft 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 easy nee ach quatsch das ist einfach super glücklich heute äh was da heute zusammen läuft ähm ach geil was machst du denn hier was machst du denn hier ich hab gewonnen was hast du gesehen war der der da der da lag nein ich hab ich hab äh ich hab drei oder vier erwischt von denen die noch übrig waren von den vieren also ich hab am ende es war schon es war schon es war schon geil ähm ich hab am ende zwei gegen einen gewonnen mit der umpe mit der umpe auf long range im liegen nice 500 damage ach lol so eine runde mach ich noch ja also das das war schon wieder mega lustig also dass die das also nee nee also er hat sich ärgern naja sie sie haben sich halt ich mein muss ich musste weg ich war schon zur hälfte hab hier runter geschossen und trotzdem haben sie es nicht haben sie es nicht geschafft also ich keine ahnung wie ich das hingekriegt hab ich glaub die wussten nicht wo ich bin ich bin ja nur über die hügel über die hügelkuppe einmal rüber und keine ahnung ey ja das darf ich überhaupt nicht gewinnen also die anderen beiden also dieses da war noch ein anderes team die waren gut gespottet die konnte ich von der seite beschießen das war in ordnung und dann sind die beiden halt im prinzip los die hatten die schlechtere position von der höhe her aber ich hatte kein cover und sie waren zu zweit einfach mal und haben sich auch aufgeteilt und haben mich auch getroffen und naja aber lol es ist ein bisschen frech es ist ein bisschen frech aber irgendwie auch lustig aber sowas so eine runde darf ich eigentlich nicht gewinnen ich bin aus dem match geflogen ok dann geh ich auch raus dann hole ich mal kurz was zu trinken ok vielleicht vorher noch ready drücken was ein abend was für ein abend frech einfach 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 frech ich bin es macht spaß heute kommt aber auch ein bisschen was zusammen also ein bisschen ich würde sagen mühskill ist heute schon dabei krass krass was heute was heute hier los ist was heute hier geht so na dann korn war letzte runde für mich auch okay war ja nicht das letzte mal wir waren ja noch weiter also heute denn natürlich nicht mehr aber nächste woche dann also freitag ist wahrscheinlich aber schon gesagt golle wird da sein pralinchen wenn alles klappt mit dem laptop ist wieder mit an bord so wo gehen wir hin schwierig ne könnten hier noch mal rausgehen wo vorhin waren mit dem mit den anderen beiden sowieso eine sehr südliche route ich wäre jetzt hier oben hingegangen konzert woher da kommst du nicht hin wird schaffen wir nicht da brauchen wir ein auto das ist hier der torita ist halt so ein bisschen der hot drop da ist der drei hallen ist halt auf so einer kleinen insel gefangen ne ja gut dann kannst du hier rüber bringen ja oder den anderen weg da ist weiß nicht ob das eine brücke sein soll oder ein tunnel oder sowas du hast jetzt nur mit der umpe geholt gehabt oder was ja ja also die letzten beiden ja die letzten beiden waren nur mit der umpe der eine stand auf einmal am hügel die wussten nicht dass ich über die kuppe darüber gepusht bin und dann hatte ich den an der seite und dann hatte ich mit einem halben magazin erledigt und der andere stand dahinter und ich dachte der muss mich jetzt mal langsam erledigen naja hat aber nicht da habe ich aber nicht mehr die waffe gewechselt habe ich aber nur hingelegt und dann mit der umpe da drauf und dann hat es irgendwie gereicht keine ahnung hast du mir erst eine falsche taste gedrückt oder das ist mir dann auch ein bisschen zu heavy ich hör zurück wird ich 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 sch ich ich Wir sind eben grad zwölf. Ich hab ne SLA. Okay. Ich hab schon ne Mini. Wird sechsfach. Hier ist ne O und ne D12, wenn man es noch schütteln kann. Bleh. Aber hör doch mal. Das ist ein Kompressor für AMP. Oh, M416. M416. Ein Vierfach. Ich hab schon Sechsfach. Nimm die mal hier. Ich hab keinen Rucksack. Das bist du, ne? Ja. Gut. Warte, ein bisschen. Nee. Ach, kein Rucksack. Ahnst du das? Hier ist ein Zweierhelm. Hab ich. Keinen Rucksack. Ich gucke rüber in die Lage. Hallo, hab einen gesehen. Da hinten. Knocked. Nice. Da so. Oh, da kommt Zweierteam. Da. Oh, da kommt Zweierteam. Da. Hast du was gesehen? Ja. Ich schieße gerade auf den anderen. Auf den da. Oh. 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 Einer's knocked. Nice. Auch gesehen. Lol. Was ziehen wir das? Ja, da ist noch. Was für eine Veranstaltung hier schon. Idee. Doch, ich hab einen Assist bekommen. Okay. Wann erleben. Ah, ich finde wir sollten uns das hier aber nicht zu gemütlich machen. Nee. Ich lass den da genockt liegen. Noch ein Vierfach? Hab ich. Ich geh mal auf das andere Dach. Okay, du bist hier rüber gekommen. Ich dachte, das geht nicht. Doch, da. Mit die Ramp. Hm. Ich seh nichts. Wir müssen uns langsam über die Zone Gedanken machen. Ich hab hier einen, ähm, einen Rucksack gefunden. Hast du auch schon einen? Ich hab einen Zwei. Okay, ich hab das Störpack nehm ich mit. Okay. Meiner ist tot. Hast du auch einen Assist bekommen, oder? Nenkel. Okay. Hä? Achso, dann ist der vielleicht von alleine gestorben. Und meiner wurde erledigt. Er hat er connectet oder er ist ausgehört. Ja, ja. Wär ich fast runter ins Wasser gefallen. Hm. Ich weiß gar nicht, ob der Wasser Schaden macht. Ich glaube nicht. Aber ich würd's auch nicht ausprobieren. Verständlich. Jupptidupptidu. Das ist ne SKS. Oh, leichter Griff. Gib mal her. Heilmittel sind halt immer noch wenig. Ich hab 5 Energy. Ah, nice. Willst du? Nee. Aber gut, wenn du welche hast. Okay. Also ein bisschen was hab ich auch. Vorsicht, hier kann man nicht runter. War glaub ich gar kein so schlechter Call hier am Ende. Ja. Um noch lang zu gehen. Moment. Nice. Er hat er trinkt. Er ist aber, glaub ich, ein Bot. Ich glaube, wir haben hier mittlerweile einige Bots dabei. Der hat da so komisch gestanden. Und ich glaube, der ist da einfach falsch gelandet. Und... Also der wird da ersaufen. Ja. Naja, der ist ausgenockt und unter Wasser. Ja, jetzt ist er tot. Ach da. Weird. Vorsicht, du läufst da grad rein. Das ist gut. Ich hab keine Angst vor der Roten Zone. Ah, mich hat die schon so oft ab... äh... abgeknallt. Ich seh' aber auch jetzt nix weiter, ne? Ja. Hat die Pasta. Wir könnten noch ein bisschen looten, ne? Ja. Denk ich auch. Ich geh' mal da hin. Dann ist ein Auto. Das ist ein bisschen weird bei den Häusern. Bei manchen kannst du halt nur drauf gehen, aber nicht rein. Oder manche kannst du halt nur in manche Räume reingehen. Ja. Hier oben liegt, ne? Oben. Habe ich, danke. Oh, 24. Ich hab' immer noch die olle Mini. Hier liegt ne SLR, wenn du möchtest. Das ist nicht besser. Weiß leider auch nicht. Ich glaube, ich hab' sogar ein Skin für die Mini. Aber ich weiß nicht, wie man den Skin aktiviert. Kann ich dir gleich zeigen. Weißt du das? Ja. Ich hab' ja auch Skins. Okay. Okay. Wieder hochgehen. Da. Mhm. Okay, gut. guter move und genau richtig gelaufen überlege trotzdem auf das auto holen was hier vorne an der ecke steht sicher ist sicher naja die dritte zone könnte uns das genick brechen wenn wir keine haben hier ist noch eine m24 okay nett guck hier einmal erstmal kurz durch ja ich hab sie markiert es ist es hier dreifach und nischt ein fahrrad ein fahrrad hier in der esel will ich jetzt auch nicht zu spät zum fahrrad fahren macht man niemand fährt nachts fahrrad liegt noch selbst idee ich nimm es mal mit dann hast du einzig 1 ich packe sie zu die m24 was du hast du auch so ein ding schon ja du auch nee wo ich habe eine cara die nehme ich aber hier liegt eine m24 ich nehme lieber die cara willst du ein charlie oder kompenser kompressor haben für ar ar habe ich auf der 4 16 ok lol habe ich jetzt die umbau ausgepackt ist das meine ernst du bist jetzt bei mir drin ja ich glaube ich ist über mir mhm ok charlie und kompressor habe ich jetzt für ar hier gedroppt ne du wolltest ja nix ich brauche nur für sr für sr bräuchte ich magazin und äh immer einen moment inne halten und erstmal zu lauschen ob du das bist der da läuft oder nicht hier ist auch noch ein m24 es gibt ja nichts schlimmeres als dass man denkt so ja das ist mein body und dann auf immer puff puff ich komm mal hoch zu dir ich schmeiß mal hier äh den id habe ich auch gerade gefunden das ist aber ich habe nur ein 8 fach hier äh ja willst du lieber 8 fach oder lieber 6 fach äh 8 fach ok tauschst du gegen 4 fach ja dann äh bitte so guck mal hier hm hier jaja 1 den bräuchten ich habe ja gerade gerade gefunden haben wir das auto doch nicht geholt wozone ist ja auch hier ne ja gut haben wir glück gehabt ja schalli mp ja moin hier ist noch ein wangenpolster habe ich danke ist noch ein koffer und noch ein vierfach ich habe sieben glück sieben koffer ja ja gut vier reicht auch ja dann rennen wir mal übers offene feld nicht so schön aber der ballon vor uns hat mich gerade irritiert ja das ist auch immer so ein stein gehüpfe stein und baum gehüpfe wenn du dir dann gegenüber stehst da ist noch ein auto gehört aber glaube ich so das ist da gespawnt das ist da gespawnt ja hört auch gerade gar nichts also keine bots schießt auf jeden fall einer mit einer spot gun ich weiß noch nicht hinter uns also richtung süden auto warte mal in zehn sekunden geht es weiter lass mal kurz warten ja lol also ich glaube der großteil wird im westen sein halt hier 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 drüben hier hier vorsicht stummi da genau da genau da steht einer mit stein ane du guckst in die falsche richtung ja ich sens bot das ist der zweite da oben gewesen da wo du hin pusht ist der zweite er hatte gar nichts der hatte nur nur seine klamotten mhm boah ist aber auch scheiße hier ne die offene pläne gar nicht geil gehen wir hier bis zum haus ran waff da kommt es auch her worauf schießt du du bist nicht du ich nicht denn es ist dort ich seh nix aber ganz nah ich pusche komm du mal von der anderen seite genau schuss auf mich von südwest halb da ich seh nix die vorne am stein ist der noch da ja läuft kill check unberegelt auto kommt hinter uns ja snort shit ok ok das war ein reifen glaube ich ja auto brennt ja müssen weit aufregend aufregend ich muss mich mal boosten bist du einfach rein gerannt nein direkt am roten fack hast du einfach rein gerannt ja ja oh dein gesehen lol der gehört nicht dazu fack was machst du was heißt was mache ich da sind zwei teams ja einer draußen nein 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 das sind zwei teams nochmal was soll ich machen ach Mistkerl also ich hätte nicht direkt rein nein auf gar keinen fall also kannst du da nicht einfach rein ich hab eigentlich nicht ich hab Tür aufgemacht mit dem schritt zur seite und dann bin ich rein weil ich ihn nicht gesehen habe er hängt überhaupt hinter den den fässern ja aber wir haben ja überhaupt nicht hingehört also ob da überhaupt irgendwas sein könnte also da waren zwei teams ja komm eine runde machen wir noch die war so willst du auch nicht rausgehen nein das war ein bisschen ein bisschen übermütig ja achso ähm du gehst oben auf anfassen äh überzüglich was Scans achso ja anpassen dann hast du ja Garderobe Waffen ja dann gehst du auf Waffen dann siehst du da da nah ja und wie kann ich den ausrüsten achso ausrüsten ok alles klar ah ok verstehe ja das war wild ein bisschen übermotiviert aber es war auch trotzdem ein bisschen komisch weil einige Bots noch dabei ich meine gut das wird auch die Uhrzeit sein ähm dass da nicht nur Spiele dabei sind dass auch jetzt mit Bots aufgefüllt wird wir sind ja teilweise nur komplett quer über die Map gerannt ne ja das ist auch so lächerlich geschätzte Zeit 17 Sekunden wir sind jetzt bei 34 geschätzt geschätzt man kann sich ja mal über das Doppelte oder um das Dreifache herum verschätzen kann man schon mal machen keine Ahnung was dies was das soll aber naja es ist ja nur geschätzt ja genau und wir sind schon bei der über 5 jaja geschätzte 17 Sekunden jaja Ging ne Ging tatsächlich Also der Loot war ganz ok für den Anfang Loot ja ich dachte auch das wäre ja wir hatten vielleicht vielleicht noch ein bisschen zurück sehr zurückhaltend gewesen vielleicht hätten wir uns wahrscheinlich sogar durchsetzen können da bei den bei den bei den Hallen aber war schon besser so aber warum dann schon wieder Ehrangel ja naja so schlimm ist es ja nicht Wollen wir nach Poliana rüber gehen gleich oder wir können auch nach Mülter gucken da wird auf jeden Fall was mitkommen aber ja naja Poliana ist halt immer mit Auto schwierig da ein Auto zu finden meistens hier unten an der Garage denn irgendwie oder halt hier die Straße entlang steht Autos oder manchmal auch hier oder hier ok also oder ganz selten hatte ich es auch schon gehabt da gibt es hier warte mal genau hier gibt es einen Weg und dann gibt es hier eine Mauer da steht auch manchmal ein Auto und sonst eher auf der Seite aber hier ich weiß nicht wo die ganzen Autospons sind ja ich bin schon oft in Poliana runter gegangen und dann habe ich ein Auto gesucht und dann bin ich wie gesagt meistens hier bei der Garage oder manchmal auch erst hier hinten oder hier hinten dann auch daneben das war hier wo wir vorhin auch das Auto gefunden hatten ähm da stand hier dann auch noch eins manchmal hier in der Garage ja oder halt hier direkt je nachdem wo wir hin müssen wenn wir natürlich in die andere Richtung müssen dann ist eher hier oder halt bei dem bei der Kreuzung an der Brücke da stehen auch gerne Autos hier die Straße lang ne ich bin da eigentlich recht gerne weil man auf den ähm auf dem 3er Blöcken dort landen kann direkt auf dem Dach und dann kannst du dich durch das Haus looten und die haben eigentlich immer sehr sehr viel Zeug ok könnte auch mal hier landen mal sehen aber das macht sich eigentlich immer ganz gut weil das ist halt wie so eine wie so eine Landebahn wenn du mit dem Fallschirm ankommst kannst du da eigentlich richtig schön schon runter gehen ja was ist denn hier los? 30 Leute sind nur noch dabei 32 wie viel was soll denn das werden? 25 ja 34 äh mach keinen Mist jetzt wird mit Bots aufgefüllt willst du mich veräppeln? 16 Teams und der Rest sind Bots? oder was? also weil wir sitzen doch bestimmt gleich zu 100 im Flugzeug ach komm hier ist eine die läuft mit Schwimmflossen um guck mal ich wette mit dir genau rechtzeitig wird dann die die 100 voll sein weil normalerweise hast du das erst so die erst wird die Lobby voll gemacht und dann fängt der Countdown an du hast Buff, ich bleib da stehen wow oh Wunder 98 ich sag's jetzt sind 60, 70 Bots dabei meinst du? ja ja glaube ich ich glaube ich ziehe Richtung 1 lass mal auf wie viele jetzt hier gleich schon raus gehen zack 30 weniger jetzt sind es schon 40 kannst du mir nicht erzählen dass hier 40 Leute in Severn hier runter gehen glaube ich nicht kannst ja mal nach links schauen wie viele Falsche werden wir da gleich aufgehen da gehen sie schon auf da zack 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 guck mal also erzähl mir nicht dass das alles spielende sind also ne vor allem die fliegen alle wären noch ne klar da du ptt du ptt du ja hoffentlich geht das aus das Battlehaus ja pfff eingeschlagen an der Mauer Jetzt haben wir nicht geguckt. Da hinten kommen noch welche runter. Ey, was ist das denn? Der sieht nicht aus wie ein Bot dort. Okay. Hast du die linke Seite? Nee, ich gehe raus. Ich gehe den anderen raus. Okay. Chromazone ist auf unserer Seite. Müssen wir nur übers Feld ein bisschen. Naja, besser. Aber hier ist nichts zum Schießen. Ein Rumpel von. Ja, ich gehe dir liegen gelassen. Ja, genau. Nimm dich das Fahrrad und hau ab. Dann habe ich dich hier liegen gelassen. Das schmeiß dich mit Attachments. Ja, bring ruhig mit. Ich war schon vor. Du mich auch. Ui. Ey, hier liegt tatsächlich keine Waffe. Was soll das denn? Also ich habe schon 150 Schuss auf meiner Umpe. Ja, ich spiele jetzt eine Mikro-Uzi. Ist doch eine Waffe. Wow. Kannst du nichts dagegen argumentieren. Ich gucke gleich mit der Sicht rüber. Noch eine Tommi. Was ist denn hier los? Also blaue Muni, ja? Vom allerfeinsten. Und zack. Puff, 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 puff. Noch mehr blaue Muni. Hörst du dieser Einzelschuss, dieses ständige Puff, puff, puff? Das ist alles Bots. Niemand schießt so oder spielt so. No way. Hast du das Vorderhaus genommen oder? Äh, wie meinst du? Na, hast du schon alles? Nee. So. Einen Rotpunkt brauchen wir nicht. Granade. Äh. Noch mehr blaue Muni. Keine Ahnung. Für drei Spiele habe ich hier noch Muni. Wow. Das ganze Haus ist nur voll davon. Aber keine Visiere. So unterschiedlich ist das, ne? Vorhin haben wir uns totgeschmissen. Vierala, hätte ich für dich. Vorhin haben wir uns totgeschmissen. Vierala, hätte ich für dich. Das klingt sehr nett. So bin ich. Müsstest du dir aber bitte abholen. Voll. So nett bin ich, musstest du dir aber abholen. Schmeißt du es in den Hof, oder? Ich komme jetzt eh raus. Ich gehe dir noch ins nächste. Er schmeißt es nicht in den Hof. Du hast ja noch einen 1er Rucksack. Was weiß ich denn? Ich dachte, ich hätte einen 2er. Nö. War da nicht. Ich suche. So. Hast du den Flur geschmissen, oder? Nein, noch. Warte. Äh. Vierer. Danke. Loll, ich renne hier einfach noch immer mit 150 Schuss. 9 mm rum. Ey, was stimmt denn nicht? Duop, 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 duop. So, und was finde ich als erstes, wenn ich die Treppen hochgehe? Ein Vierfach. Nice. so geh du mal ruhig durch die tür dann nehme ich die die schon offen stehen hier sind zwei Rucksack weil du noch keinen hast linke ist markiert oh paff danke bei gelb bei gelb am heuballen hast du gesehen? ja da oben ist auch einer du bist schon unten okay hab ich gerade gewundert wo kommen denn die Steps von unten her? da dachte ich mir so na hat sich hier jemand angeschlichen? der Sturmi war es das war nur ich ist der immer noch da? ja tot oh hier ist ne Mose die Zone kommt ich schieße aber immer noch da ganz hinten wenn du ne Mose hast dann ganz hinten und noch weiter hinten da oben im Wald Hilfe warum sehe ich sowas? da läuft auch einer da steht auch einer lol was würde ich für ne Knarre geben? nein Spaß aber manchmal funktioniert das Spotting halt ne? ja manchmal erkennt man die Pixel wo ist Gollum mit seinem 15-fach? ja das wäre jetzt echt so ne K und 15-fach und dann Gündir ich hätte jetzt auch nichts gegen ne K oder sowas nicht noch ne Mini gleich haben wir Stress Sturmi warum? weil die Zone wahrscheinlich gleich sehr weit weg sein wird und wir haben kein Auto ok ja gleich haben wir Stress was ist das? echt cool nice oder M24 das wäre auch nice ja das stimmt hallo Schakal schönen guten Abend oder guten Morgen eigentlich ist ja schon unchristliche Zeit heute hier ne? wir haben eigentlich auch schon letzte Runde gecallt schon Sturmi müssen los na schon kurz überlegt mit dem Fahrrad zu fahren ne? ach auch wieder nur blaue Muni 2-4-fach oh Gott flitzen flitzen über die Pläne flitzen und ist weit? ja wir müssen mal zur Straße müssen mal zur Straße guck mal mit dem Scope ob du was siehst wie gesagt hier vorne normalerweise näher steht nichts blöd sehe aber nichts da stehen jetzt wirklich nur die blöde MK12 ne? ich mag die ja nicht notfalls müssen wir mal Richtung Nordwest gucken da auf der Straße ah schwierig da steht so ein Militärauto kann man das fahren? ne ich glaube nicht 30 Sekunden check oh da ist ein Auto nice ja trotzdem hier ist gotcha genau ich laufe trotzdem ein bisschen schräg vielleicht finden wir noch weiter vorne eins weil das ist ziemlich weit ja hier vorne ein oranger Flitzer den nehmen wir können wir schon mal gucken wo wollen wir hin ok ist auf jeden Fall nicht Insel 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 ja deswegen hier die straße lang lohnt es sich immer mal zu gucken ja egal jetzt kommt hier keiner mehr der ist schon spät und hinter uns ist ja auch keiner mehr gewesen was den absprung angeht vss spieler okay ich finde ja auch nicht schlecht wenn man nichts anderes hat ich mag den pullet proponiert habslich nicht vor ins auto ganz gefühlvoll umgedreht tja was machen wir vom strand hochpushen schwierig wahrscheinlich ja buggy boah leck hier war schon jemand war aber ein bot muss ein bot gewesen noch mehr blaue muni ach komm ich sammle 762 obwohl ich keine waffe für 762 habe ist auch geil ich wünsche es mir so sehr dass ich eine finde hier liegt ein sechfach draußen in der flur mhm hier liegt der vss die brauche ich nicht da schmeiße ich halt die 762 raus so jetzt müssen wir mal gucken 28 sind noch am start die zone geht zu wo sind denn die mit dem anderen auto hingefahren kannst du ja früher sagen mhm okay war das hinterm hügel nicht mehr ja okay ne wenn die das standort war da ja die sind dann wahrscheinlich hier rüber mhm da ist weit wie erwartet wie erwartet ja auch nur ne pumpe sehe ich auch nicht da oben ist ne smoke hier ist noch mehr blaue muni 9mm ohne ende komm wir fahren stummi bist du da lass mal fahren ich hab noch ein magazin geholt hat ich drehe mal ne runde mach dich mal bereit zu schießen oha hier wird hier wird voll sein rotes haus ja 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 ich hab sie auch nicht gesehen keine ahnung von wo mhm oha hier ist alles oben bestimmt alles voll ja irgendwo müssen wir hin feinfläche oben und dann klappe ich das Ding mit dem auto ja da sind leute hoppla links 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 holen wir uns hier hinter den hügeln und laufen in der zone wird das auto gerne innen ne 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 aus dem haus an er ecke ich bin ausgestiegen lol stehen zu beide nebeneinander nicht dein ernst ich treffe mit dieser mumpel einfach nix das ist unglaublich ja da waren ja auch zwei andere noch unter die überfahren oder die kämpfen noch dass die chance nutzen das ran pushen dann ist die chance vorbei ja weil wir müssen wir ran es ist zu spät nämlich zwei autos die schmeißen nämlich immer noch granaten ich gehe auf die andere seite ja jetzt kreuzt du doch wieder warte kurz warte 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 was willst du machen attre einer ist im haus ist oben oder unten keine ahnung rinade oben rein geworfen Warte mal Bist du? Oben drin Achso Da ist safe einer drin Ich habe ihn gehört Zehn Ja Wow Was ist los? Was ist los? Ja ich bin knocked Wie? Ja wie, der hat eine Shotgun Ah ok Kannst du dich in Sicherheit bringen? Ja ich habe es gesehen Ach das war der auf dem Balkon Die gammelt zu zweit da drin Jep Ja Unnötiger Einfach Ja war ja ein langer Abend Alles gut Der steht da Guck mal Ich busche ungern gerne an den Häusern ran Genau wegen sowas Der steht da Gesehen Ich weiß nicht wo ich bin Ja solange die sich mit Granaten bewerfen War es halt eine Chance für uns Ja wenn zwei Ja wenn ich die Typen zu machen Wenn ich die aufmache Hören die das Die wissen glaube ich immer noch nicht wo ich bin Problem ist dass ich natürlich alles andere jetzt komplett ignoriere Da sind sie Da sind sie Da siehst du es Ich treffe nichts mit dieser Ding Der hat meine Denks Denktrat Da ist er Er ist übermütig Nice Whee So wurde ich nämlich auch schon mal verarscht Indem man nämlich einfach in die Zone gerannt ist Weil man denkt Und äh Genau die Leute Haben es meistens nicht auf dem Schirm Aufregend Weil so war es eben genauso gewesen Der hat überhaupt nicht damit gerechnet Dass ich durch die Zone rennen würde Ja Du musst aber laufen So ist das Oder nimmst du das Auto Nope Wow Wo kam der denn her Hat er gekämpft Der hat doch gekämpft Der hatte aber dreier Helm Dreier Beste Ja ja Und das ist Die VSS Den vor mir hatte ich gesehen gehabt Und ich hatte auch den neben mir gehört Aber Ähm Ja Ich hab denen zugeguckt Der hat sich gerade hingesetzt Schön wollte nochmal nachladen Aus der Hütte heraus Hat es ihm eine mitgegeben Naja Okay War lustig Aber Ne Zum Schluss die beiden Ja Irre heute Irre Einfach nur Einfach nur irre Zu dritt mit Golle Und dann auch noch Äh Zwei hintereinander Wir haben sogar Zwei hintereinander geholt War schon War schon eine wilde Nummer Aber hat Extrem viel Spaß gemacht Aber jetzt ist Jetzt ist drei Uhr nachts Jetzt reicht's auch Ja Und ich konnte Ich konnte dich am Ende Doch noch rächen Ja Zweimal sogar Ja Schön veräppelt die Jungs Aber die MK12 Ich treffe mit dem Hobel nix Keine Ahnung Schwierig Ist nicht meins Ist einfach nicht meins Ich hab die Shotgun da oben gerade abgepackt Weil ich dachte es wäre nur einer Und dann bann es aber zu zwei Ja Aber gut Für Häuserkampf ist Automatec Shotgun Best im Sekund Ja auf jeden Fall Also die S12K oder sowas Oder die DBS Oder was Keine Ahnung Ja Ja Ne heute war super Also Ich meine das macht ja sowieso Viel Spaß gemacht Unabhängig vom Ergebnis Aber Die Ergebnisse heute waren Trotzdem Sehr sehr stark Ja